Grüß dich. Heute erkläre ich euch, wie man einen Witz richtig erzählt. Oft ist es ja so, da hört es einen Witz volle lustig. Da erzählt sie es dann weiter und keiner lacht. Und warum? Es habs die Pointe vermasselt. Ich rede jetzt nicht lange um, aber ich bringe euch ein praktisches Beispiel. Auf einer Einweihungsfeier treffen sich zwei alte Schulkollegen, die sich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen haben. Und dann ratschen sie ein wenig miteinander und in der Galle sagt eine zum anderen. Siehst du da hinten? Die Frau mit den braunen Haaren. Die, die mit der Blonde redet. Das ist meine Frau. Und die Blonde, das ist meine Gelübte. Na, sag die andere. Bei mir ist es genau umgekehrt.